Lebst du deine Träume? Ist dein Traum das Schreiben von Büchern? Und möchtest du diesen Traum leben? Oder lebst du ihn schon? Ob die Antwort Ja oder Nein ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, denn du bist hier genau richtig. Denn hier reden wir darüber, wie es ist, seine Träume als Autor oder Autorin zu leben. Was gehört dazu? Und da geht es ganz besonders, aber nicht nur darum, inwiefern du dazu gehörst. Was du von dir brauchst, damit du deine Träume leben kannst und wirst, damit du deinen eigenen Weg gehst, damit du deine eigenen Ziele verfolgst. Wir sprechen auf diesem Kanal über Self-Publishing, wir sprechen darüber, wie Selbstzweifel dich zurückhalten. Ich spreche mit anderen Menschen aus der Buchwelt, richtig, richtig geilen Autorinnen und Autoren, mit Menschen, die übergeordnet was damit zu tun haben, mit Buchhändlern, mit Verlagen. Und wir können ja alle zusammen wachsen, alle zusammen lernen. Dieser Kanal hat das Ziel, dass du lernst, dass du richtig, richtig wertvoll bist und dass du es verdient hast, deine Träume zu leben. Und gleichzeitig ist es mein Ziel, meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich schreibe Bücher seit 2017. Schreiben tue ich seit 1989. Da war ich sechs, da habe ich es gelernt. Oder nein, ich habe es mit sieben gelernt, glaube ich. Also 1990, das hört sich nicht ganz so krass an. Auf jeden Fall schreibe ich schon sehr lange und ich schreibe schon verhältnismäßig lange Bücher. Ich habe auf jeden Fall seit 2017 bis Anfang 2024, wo ich dieses Video aufnehme, über 30 Bücher geschrieben. Und den größten Teil davon auch schon veröffentlicht, die anderen Folgen. Das heißt, wenn man noch dazu packt, dass ich vom Schreiben leben kann und das komplett alles mehr oder weniger alleine mache, dann kannst du davon ausgehen, dass ich eine ganze Menge weiß und eine ganze Menge zu teilen habe. Und du hier echt viel lernen kannst. Und wenn es nur bedeutet, dass du dir anguckst, wie ich es mache und du dir denkst, das mache ich anders. Auch das ist richtig geil, weil du dann etwas über dich lernst. Du lernst etwas darüber, wie du deinen Weg gehen möchtest. Und deswegen an dieser Stelle willkommen auf diesem Kanal. Folg ihm unbedingt super, super gerne. Kommentier unter den Videos, wenn du Fragen hast oder was hinzufügen möchtest. Oder einfach nur, um zu sagen, geil, danke für den Tipp. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Und jetzt guck durch die Videos, guck, worauf du Bock hast, guck, was dir gefällt. Und denk dran, du bist wertvoll und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Also raus da, geh den ersten Schritt. Und jetzt guck durch die Videos, du hast es verdient.